Jo, so gut. Man sieht immer noch eine Kepferin, woher die Idee ist. Ich habe die Kepferin heute kaputt. Ich habe die Kepferin gesehen, dass die Kepferin kaputt ist. Und auf der anderen Seite. Das wird dann immer noch kaputt oder nicht. Kaputt oder nicht kaputt, schreib es rein. Es gibt was. Immer noch. Was ist das für eine Scheiße? Hier geht gar nichts mehr. Ja gut, das kommt aber rum. Wenn man mal lernt. So. Hier ist das selbe. Cooles Update dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.